Steffen Lukas von Radio PSR. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Ich bin heute Schulleiterin hier bei angehenden Krankenschwestern und Krankenpflegern, weil die Frau Hofmann, das ist die Schulleiterin, mal einen Tag frei möchte. Und zur Zeit büffelt die Klasse 9 über der Frage, was ist Kobrolalie? Kobrolalie ist nämlich die Bezeichnung für den zwanghaften Gebrauch von vulgären Ausdrücken. Wir wollen mal sehen, ob das irgendeiner weiß. Es herrscht Ruhe in der Klasse. Mike, Sie fliegen gleich raus. Es gibt gar keinen Mike, aber der Spruch geht immer.